Die haben schon Gewehre gezogen. Haben Sie? Polizei, ja. Ja genau, Gewehre. Wo ist die Marion? Gott sei Dank, nichts passiert. Auf dem Boden hat er gesagt, oder? Das sagt immer, auf dem Boden liegen. Ja, er macht das aber nicht. Und Sie wollen nicht zu zweit reingehen? Wobei Sie besser Chancen haben zu zweit, finde ich, wie zu fünf. Ich wollte mal ein bisschen, wie der okay ist. Solange die Polizei mit der Gnade rumfucht. Nein, nein, da muss man nicht da, wo irgendwas passiert. Ja. So schwarze sind alle. Du warst auf dem Boden, oder? Bitte? Was war auf dem Boden? Ja, ich bin rein und habe mich schon da rausgeschoben. Ach so, er hat mich schon mal drin, wenn er das umgewürgt hat. Ja. Sehr bestimmt nicht den Tisch. Was? Ja, der schwarze kann rein, hat er umgewürgt, alle sollen raus. Ja, der hat einen Messer aufgenommen. Ja, ich glaube, es sehe. Ich verstehe. Ja, der hat einen Messer aufgenommen. Alle raus. Ja, dann geht Tischer raus hier. Ja, klar. Aber was passiert? Nichts. Die werden eingesperrt und nichts auf der Welt wieder beigelassen. Man wird ja jedes gesorgt sein. Genau so. Die Daten, kommen wir mit Tischer machen. Jetzt haben Sie ihn gerade zum Boden gemacht. Haben Sie ihn? Wo siehst du das? Bei der Kasse? Oh mein Gott. Okay, okay. Ja. Wer hat eine Flasche Wasser genommen? Jetzt werden die Welt gefasst. Dann macht er irgendwie noch Theater. Weil, ähm, ich war nicht da sehr ernst. Das hat ja das niemand gesagt. Aber... Nein! 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 Nein!